Herzlich willkommen in Österreich, einem Land, das nicht nur für seine Berge, Seen und Mozartkugeln bekannt ist. Österreich hat insbesondere als Wirtschafts- und Technologiestandort vieles zu bieten. Wien punktet nicht nur durch seine geografische Nähe zu Osteuropa. Das historisch gewachsene interkulturelle Verständnis und die langjährige grenzüberschreitende Zusammenarbeit machen die Stadt zur idealen Drehscheibe zwischen Ost und West. Wien wächst und das ist gut so. Davon profitieren auch die Unternehmen der Stadt. Als pulsierende Metropole und zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin besticht Wien durch dynamisches Bevölkerungswachstum. Die Wirtschaft ist der Wachstumsmotor. Wien trägt ein Viertel zur österreichischen Wirtschaftsleistung bei. Diese Vorzüge und das investitionsfreundliche Klima machen Wien zu einem guten Boden für Innovation und erfolgreiche Investments. Lugöl hat in Wien das gesamte Auslandsgeschäft in seiner Holding gebündelt. Das sind vor allem Tankstellen und Raffineriegesellschaften, aber auch das gesamte ausländische Erdölförderungsgeschäft. Weiters betreiben wir in Wien eine Schmiermittelfabrik und steuern das europäische Schmiermittelgeschäft von Wien aus. Stabilität und Sicherheit schätzen nicht nur Wiener Unternehmen, sondern auch internationale Institutionen, wie etwa die Vereinten Nationen und die OPEC. Und das seit Jahrzehnten. Apropos internationales Renommee. Jetzt oder nie, machen Sie sich selbst ein Bild von Wien. Die beeindruckende Statistik zeigt das touristische Wien in puncto Mächtigungszahlen in Topform. Nicht erst seit der Ära des Fürsten Metternich weiß man, dass in Wien der Kongress tanzt. Mit einer perfekten Infrastruktur und einem inspirierenden Ambiente überzeugt Wien heute mehr denn je als Konferenzstadt von Weltformat. Dass Wien eine Stadt des Wissens ist, zeigt die Tatsache, dass sie die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum ist. Die zahlreichen Universitäten, Fachhochschulen und Ausbildungsinstitutionen sowie die praktische Vermittlung von Kenntnissen in den Betrieben sorgen für einen fast unerschöpflichen Pool an top ausgebildeten Fachkräften. Wir schätzen die gut ausgebildeten und vor allem verfügbaren Arbeitskräfte in Wien, die hohe Lebensqualität, was einen Arbeitsplatzwechsel in diese Stadt attraktiv macht. Smart ist in Wien auch das Stadtmanagement und die vorausschauende Umweltpolitik. Nicht umsonst attestiert die Mercer Quality of Living Studie der Stadt zum achten Mal in Serie die höchste Lebensqualität weltweit. In diesem Sinne, bis bald in Wien. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.